Ich begrüße euch zu einem neuen Rätsel. In diesem Rätsel geht es um zwei Brüder, einmal um den Wilhelm und einmal um den Friedrich. Wie es bei Brüdern so üblich ist, sind sie natürlich zusammen aufgewachsen und waren auch wirklich immer gute Freunde. Und irgendwann kam der Friedrich auf die Idee, hey, ich mache jetzt meinen eigenen kleinen Winzerbetrieb auf. Ein paar Jahre später hat sich der Wilhelm das gleiche gedacht und hat auch seinen eigenen kleinen Winzerbetrieb aufgemacht. Das ging auch viele Jahre gut und beide waren glücklich und haben da vor sich hingearbeitet, jeder so für sich. Und irgendwann haben sie sich dann wieder getroffen und haben sich dann gefragt, welcher Wein wohl der bessere ist. Der Wilhelm hat gemeint, mein Wein ist natürlich der bessere, weil er auf der linken Seite angebaut wird. Nee, der Friedrich hat gesagt, mein Wein ist der bessere, weil er auf der rechten Seite angebaut wird. Und so kam es zu einem riesengroßen Streit. Und der Wilhelm, der jüngere der beiden, der war dann so böse, dass er eines Nachts beim Friedrich eingebrochen ist, in den Keller. Und was fand er dort? Er fand zuerst mal 1000 Flaschen Wein. Das war die ganze Jahresproduktion vom Friedrich. Und was hat er gemacht? Er hat sich eine Flasche genommen, eine Flasche, und hat diese Flasche vergiftet. Also er hat eine Spritze genommen und hat durch den Korken durchgebohrt und hat dann diese Flasche vergiftet. Mit einem Gift, das so stark ist, dass es selbst in millionenfacher Verdünnung immer noch einen Menschen töten kann. Und am nächsten Tag ist dann der Wilhelm zu Friedrich gegangen und hat gesagt, du, pass auf, ich möchte ehrlich sein. Ich habe eine Flasche deiner Weine vergiftet. Eine Flasche deiner 1000 Flaschen ist jetzt vergiftet und ich gebe dir jetzt 10 Teststreifen, 10 Giftteststreifen. Also einfach mal, schreiben wir mal hier 10 Tester. Wenn das jetzt ein mittelalterliches Rätsel wäre, dann würde man ihm 10 Schweine geben. Und diese 10 Tester, Testschweine oder Teststreifen, die kann er jetzt benutzen, um zu überprüfen, in welcher Flasche oder welche Flasche vergiftet ist. Und diese 10 Testschreifen, die sollen ausreichen, um herauszubekommen, in welcher Flasche sich das Gift befindet. Ich hoffe, ihr kommt auf die Lösung. Ich wünsche viel Spaß beim Rätseln und schreibt mir einfach mal die Antwort in die Kommentare. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben eine Flasche, die vergiftet ist von 1000. Wir haben 10 Möglichkeiten zu testen und damit sollen wir herausbekommen, in welcher Flasche das Gift ist. Viel Spaß beim Rätseln, bis dahin macht es gut und tschüss.